Hallihallo, liebe Rambazamba-TV-Freunde! Herzlich Willkommen! Nicht zum Videodeal! 23.12. Das ist fast Weihnachten, einen Tag vorher. Und wir haben die neue Werbung am Start. Wir haben ja morgen bis 13 Uhr geöffnet, am 24. Weihnachten. Dann haben wir ein, zwei Tage zu. Und dann haben wir wieder ganz normal geöffnet bis zum Silvestertag. Bis zum 31.00 Uhr haben wir dann auch wieder bis um 12 Uhr, nee 13 Uhr offen. Aber jetzt erst mal zur aktuellen Werbung. Müllerchen steht oben auf der Leiter. Komm mal runter. Das ist alles das, was wir in der aktuellen Werbung drin haben. Die Werbung haben wir wie immer auf dem ersten Bild. Und das ist ganz wichtig, das erste Bild. Da stehen nämlich alle Preise drauf. Alles weitere, wie das Filmchen, ist natürlich nur zur Veranschaulichung. Wir haben zum Beispiel Racklets. Ja, guckt mal hier mit Heisenstein. Große, kleine Fondue. Töpfe. Wenn ihr eure Suppen und Eintöpfe macht. Ein Rückfahrkamerasystem. Komplett kabellos haben wir in der Werbung. Staubsauger. Eins, zwei. Selbst der Bosch. Der kostet online über 100 Euro. Gourmet-Max. Die große Wok vorne. Den Tischgrill. Hier mit Abluft. Das Schwerlastregal. Hier. Mega, mega, super, super tolle Frischhaltedosen. Guck mal hier. Richtig schön. Ist ein Dreier-Set. Und zwar richtig tolle Qualität. Guckt euch die mal an. Das ist kein Bullshit. Richtig vernünftig. Ein Akkuschrauber. Für 17,99 Euro. Haben wir da. Pfannen-Set. Haben wir da. Dann hier so ein riesengroßes. Guck mal. Ein doll-blüte Soundsystem. Hätte ich jetzt fast schon gesagt. Eine Party-Music-Box. Vielleicht für die Silvester-Party. Wenn ein paar Freunde kommen. Man darf ja. Ja. Zwar nicht knallen. Aber muss es machen können. Oder? Hier ist er da. Mit Radio-Karaoke-Funktion. USB-Anschluss-SD-Kartenslot. Da kannst du richtig Gas machen. Dann für deine Party. Ein paar schöne Weine. Oder wer hat an der Uhr gedreht. Das frage ich mich ganz oft. Tickst du eigentlich noch richtig? Das frage ich mich bei vielen. Mittlerweile nach Corona noch viel mehr. Weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht. Dann haben wir die Kleinen auch. Die haben wir auch da. Und dann jede Menge Getränke. Vierer-Packs. Viermal halber Liter. Ob Cola, Fanta, Mezzo-Mix. Wir haben alles da. 1,11 Euro. Also 28 Cent pro Fläschchen. Studentenfutter. Können auch nicht Studentenfutter. Dann haben wir Tacos. Die Tacos-Salsa-Soße. Teesorten dabei. Noch mehr Weine. Hier unseren neuen Fragolino. Das Original. Deko. Die kostet 5,79 Euro draußen. Haben wir für 2,99 Euro wieder da. Dann haben wir natürlich noch andere Getränke. Was für die Heimwerke. Also ich sag mal, es ist für jeden was dabei. Ich kann nur einen sagen. Kommt vorbei. Und wir haben auch noch Kinderfeuerhack. Guck mal. Ein bisschen Kinderfeuerhack haben wir noch. Falls du doch noch irgendwie wo einen loslassen willst. Es gibt alternativ nur noch viel Bohnensuppe esse. Dann kannst du auch einen loslassen. Also bis dann. Kommt vorbei die Tage. Wir sind da. Bis dann. Tschö, der Alex. Achso, wir haben geöffnet. Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr. Außer Weihnachten. 24. bis 13 Uhr. Und Silvester. 13 Uhr. Ansonsten ganz normal. Wir sehen uns. Tschö.